Christina, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst für ein gemeinsames Gespräch. Ich habe nach meinem Abi angefangen Gesangsunterricht zu nehmen. Genau, also meistens Hochzeiten, Trauungen und auch Sektempfänge, dann auch Taufen, Geburtstage, alles was so ansteht. Und das war schon richtig cool, also so mit ganzer Band und in einer richtig coolen Location. Das war in Solingen. Natürlich ist es cool und entspannt, wenn es Songs sind, die ich schon besungen habe, die ich kann, die einfach drin sind. Aber ich mag es auch total gerne, wenn Hochzeitspaare irgendwie sich Songs aussuchen, die nicht so geläufig sind. Also du hast genau in Schwarze getroffen. Ich liebe Musicals und ich würde tatsächlich sehr, sehr gerne mal was im Musicalbereich machen. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen.